Servus Geister, euer Sweater Speck am Start mit einem weiteren Video auf meinem Kanal und damit herzlich willkommen Leute heute zu den FIFA-Youtubern, welche entweder mit FIFA oder auch mit YouTube aufgehört haben. Und das Ganze soll jetzt ein bisschen die Serie ersetzen. Ja, abgestürzte FIFA-Youtuber, falls ihr da noch den einen oder anderen kennt, könnt ihr die sehr gerne in die Kommentare reinschreiben. Und falls ihr auch FIFA-Youtuber kennt, die aufgehört haben, beziehungsweise auch mit FIFA aufgehört haben, könnt ihr auch sehr gerne in die Kommentare reinschreiben und dann werde ich die bestimmt vielleicht mal in einem der nächsten Videos berücksichtigen. Und ich würde mal sagen, wir starten rein und als erstes soll es um F8 FIFA gehen, welcher mittlerweile immer noch 15.000 Abonnenten besitzt und den einen oder anderen vielleicht auch noch durch den Lions Cup, durch Aufnahmen mit FIFA Gaming oder auch mit Pro uns bekannt ist. Und mittlerweile ist er leider seit 2016 inaktiv. Er wollte eigentlich ein wenig mehr in die Lifestyle-Schiene gehen, hat dort allerdings auf diesem Kanal auch nur ein Video hochgeladen und danach auch keins mehr. Und ich muss persönlich sagen, dass ich das sehr schade finde, weil ich F8 FIFA sehr gefeiert habe damals, als er noch aktiv Videos gebracht hat. Ihr könnt auch sehr gerne reinschreiben, ob ihr euch noch an den Kollegen erinnern könnt. Als nächstes soll es um Master Scorpion gehen, beziehungsweise um seinen Zweitkanal Scorpion Plays, welcher aktuell 848.000 Abonnenten besitzt. Man muss einfach dazu sagen, Master Scorpion ist natürlich eher bekannt durch Games wie COD. Allerdings muss ich auch sagen, hatte er das ein oder andere FIFA-Video in FIFA 18 gebracht und war sogar dort bei United mit am Start. Mittlerweile bringt er gar kein FIFA-Content mehr. Und ich muss persönlich sagen, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass er so ein bisschen damals den FIFA-18-Hype vor allen Dingen am Anfang mitnehmen wollte, solange es geht. Er war ja auch unter anderem bei United mit dabei, aber er versteht es ja unter anderem auch mit einem Gamer-Brother und mit einem No-End-Gaming recht gut. Und zu FIFA 19 gab es hingegen kein Video auf seinem Kanal. Liegt vielleicht auch daran, dass FIFA 19 so zumindest meine Auffassung ein bisschen weniger Hype hatte als FIFA 18. Kann natürlich auch an anderen Gründen liegen. Er hat den Kanal ja auch nicht immer, sag ich mal, komplett aktiv geführt. Jetzt persönlich, jetzt mittlerweile macht er das natürlich ein bisschen besser. Allerdings auch nicht mit FIFA-Content, wie ich das Ganze schon angesprochen habe. Und ich würde mal sagen, es soll jetzt als letztes um seinen Kollegen Vizca Barca gehen und da ebenfalls genau um dessen Zweitkanal, welcher Barca heißt und 392.000 Abonnenten besitzt. Und er ist dort generell seit sechs Monaten inaktiv, zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme. Er war unter anderem auch bei der ersten United-Staffel wie Master Scorpion mit dabei und wurde auch dort von dem einen oder anderen ziemlich kritisiert für seinen Upload-Rhythmus, bei dem er die Teambuilding-Folgen eigentlich sehr nah nacheinander rausgebracht hat, weil er damals im Urlaub war und nicht zu Hause. Natürlich ist ebenfalls er wie Master Scorpion durch andere Spiele bekannt geworden. Vor allen Dingen auch durch COD etc. Oder auch durch andere Shooter-Games. Bei ihm ist einfach zu vermuten, dass natürlich die Inaktivität daraus schuldet, dass er jetzt natürlich eine sehr schwere Zeit hinter sich hatte, wie er das Ganze in seinem Video berichtet hat und da vielleicht keinen Bock mehr hatte, seinen Zweitkanal weiterzuführen. Das Ganze vermute ich persönlich, ja, dass er deswegen inaktiv geworden ist. Da könnt ihr mal sehr gerne eure Meinung zu den kompletten YouTubern einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Vermisst ihr sie? Vermisst ihr, dass das die FIFA produzieren? Vermisst ihr vielleicht auch generell, dass die YouTube produzieren? Wird mich auf alle Fälle sehr interessieren, Leute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben da. Checkt gerne eins meiner letzten Videos ab. Kostenloses Abo wäre bar, wo euer Sweater ist draus. Macht's gut, haut rein und ciao.